Ihr kriegt sowas ja gar nicht mit. Das checken glaube ich viele Leute auch nicht, dass das eigentlich hinter so einer Aufnahme, hinter so einem Let's Play viel mehr steckt, wie nur mal eben 20 Minuten aufnehmen. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge, glaube ich, von Minecraft Age of Engineering. So, heute werden wir uns etwas intensiver dem Bergbau widmen. Wir werden die Stufen hier fertig hauen. Und hier, hier, die Stufen fertig hauen. Schön. Warum habe ich eigentlich hier nicht angefangen? Habe ich wohl was verpeilt gehabt. Ähm, das ist unsere Treppe. Und dann müssen wir uns überlegen, aus was wir die machen. Weil die muss natürlich auch schön aussehen. Dann müssen wir uns etwas überlegen. Ähm, einfach damit es gut ist. So. Ah ja. In der letzten Folge hatten wir ein paar kleine Erfolge. Wir haben Wasser nach oben gebracht. Wir haben Schafe in unserem Gehege. In unserem Helftgehege. Ähm, wir haben einen Haufen Clay gefunden. Dadurch konnten wir uns eben die, ähm, Clay Buckets machen. Ähm, und damit das Wasser holen. Ja, wie weit gehst du denn da noch vor? Ähm. So. Das ist natürlich immer eine Mammutaufgabe. Ich sag ja immer, ich will bauen, 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 bauen. Und dann nehme ich mir natürlich auch nicht die einfachsten Sachen vor. So vom Gebauen her. Ähm. Ja. Aktuelle Videos, wo ich so ein bisschen geguckt habe, so. Ja, ich gucke auch andere Videos. Ähm. Da gibt es so ein paar coole, coole Leute mit gutem Content. Ähm. Natürlich die, die... Ich muss schon sagen, dass ich die großen deutschen, ähm, YouTuber schon häufiger schaue, wie jetzt irgendwas anderes. Hä? Ach, das ist an der Sit. Okay. Durch dieses, ähm, Texture Pack hier sieht das alles ein bisschen anders aus. Und deshalb kann man sich ja manchmal wundern, wie es halt da was aussieht, wie es aussieht. Okay. Ich werde jetzt aber, glaube ich, mal von oben anfangen. Also es ist einfacher. Aber ich weiß gar nicht bis zu, bis wohin. Ja, hier. So. So. Gut. Jetzt wissen wir, wie weit... Sollte das Ganze auch ein bisschen einfacher sein. Sollte das Ganze auch ein bisschen einfacher sein. Ich habe jetzt mal die Aufnahme auf dem Telefon unterbrochen. Aber geht ja gleich weiter. Ihr kriegt sowas ja gar nicht mit, ja? Das checken, glaube ich, viele Leute auch nicht, dass das eigentlich hinter so einer Aufnahme hinter so einem Let's Play viel mehr steckt, wie nur mal eben 20 Minuten aufnehmen. Also, bei mir ist es jetzt nicht ganz so schlimm, ja? Also ich setze nicht so viel Effekte rein oder sonst irgendwas. Aber wenn ihr euch mal die Videos von den anderen Leuten anguckt... Heilige Bimberm. Ähm, die hauen da Zeug rein, wo du denkst... Äh... Die hauen am Tag ein, zwei Videos raus. Und die müssen die alle bearbeiten. Wo finden die bitte die ganze Zeit, um das zu machen? Ich meine, okay, das ist denn ihr Job. Aber trotzdem. Ich gehe... In meinem Beruf gehe ich acht Stunden arbeiten. Und dann bin ich zu Hause, ja? Und nicht am Tag, äh... Zwölf Stunden, doch 14 Stunden. Natürlich ist es auch Hobby, aber trotzdem ist es schon nicht ganz ohne. Ich würde gerne diese Treppe aus Marble machen. Ja, einfach fried, shiny, weil es schön ist. Ich muss mir natürlich auch oben was einfallen lassen, dass es oben so ein richtiges BAM gibt, wenn du hochkommst und dann oben bist und da denkst... Denkst, huiui. Ja, ich glaube, das krieg ich auch hin. Ich glaube, ich werde so ein bisschen... So ein bisschen... So ein bisschen... Unsere, unsere Zivilisation verlassen. Was heißt, in Zivilisation? Nein, das ist falsch. Unsere Kultur. Ich werde unsere Kultur verlassen. Und da was anderes mit reinbringen, glaube ich. sind wir jetzt schon da fertig? oh yeah ok cool geiler wäre es natürlich wenn die nicht so steil wäre aber wenn sie so steil ist dann kann es natürlich hier oben jetzt hier schon fett anfangen zu bauen, weil es da kein Mensch sieht so und gute Nacht wenn das kein Mensch sieht dann hast du da easy peasy einfach die ganze bauen aber das gibt Alabaster und Marble Alabaster 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 kann man auch steifen draus machen und Marble aus Marble gibt es natürlich schöne Ornamente da haben wir wieder die Wahl der Wahl das ist vorkommen das ist vorkommen auf 9 5 bis 14 das ist cool das ist cool ähm ähm was können wir hier denn noch gucken äh Kohle also Kohl beste auf 27 ok dann müssen wir ganz schön tief runter ähm so unser Aufgang sieht schon mal gut aus ja man konnte auf jeden Fall schon mal klar ohne Schaden runter wir haben immer noch keine Ding gebaut keine Axt und jetzt habe ich schon wieder kein Holz mehr und Stein habe ich jetzt auch nicht mehr ich muss mal gerade gucken woher war der Abgang mal gerade ein bisschen holen damit wir uns ein paar Äxte machen können für Holz und Falte schwingen und Falte schwingen so chop chop so geht es schon ein bisschen schneller wie mit der Hand dann tut die Hand danach immer so weh aber wenn das dann nicht wär weißt naja egal einen großen Baum sehen wir uns jetzt jetzt dann ziemlich schnell sogar und da ist noch Holz da ist noch Holz da auch das war's also sieht gut aus sieht gut aus das war's also sieht gut aus und das darf auch mal da ist noch zum anderen da ist noch etwas aber eigentlich brauche ich Kohle Also wenn ich keine Kohle habe, kann ich nichts brennen. Und das ist ein bisschen suboptimal. Ja, und das war auch suboptimal. Das sind so schöne Felder. Auch das nächste. Ja, das ist eben das mit ihm. Ich mag die Felder auch nicht. Die mögen mich nicht, ich mag die nicht. Also alles gut. Ja, was soll's denn? Warum sollst du dich darauf besteifen, dass du mit jemandem unbedingt klarkommst, wenn es einfach nicht funktionieren? Geh dein Weg, ich geh mein Weg. Lass mich in Ruhe. So müssten viel mehr Leute denken. Muss ich echt sagen. Ich arbeite tagtäglich mit jungen Menschen zusammen. Wenn die alle mal anfangen würden, nur deshalb aufzuregen, wenn es wirklich um sie geht und völlig, dass denen einfach egal wäre, wenn irgendwelche Leute scheiße labern, dann wäre es für die viel angenehmer. So, also, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was geschafft. Reis. 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 Können wir machen. Ähm. Da ist noch. Schöpfling. Ja, wir brauchen, ich brauche, glaube ich, für das, was ich bauen möchte, schon einiges an Oakwood. Deshalb pflanze ich hier so fleißig Bäumchen. So. Ähm. Jetzt muss ich kurz nochmal die Wand angucken. Ich möchte hier eine Wand machen. Dann kommt vier. Dann brauche ich hier ja nochmal eine Wand. Also hier muss doch noch weg. Also hier. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. So, ich will jetzt noch kurz das hier fertig machen, sonst muss ich dann nächste Folge wieder anfangen. Darauf habe ich keine Lust. Lieber jetzt, darf ich machen, kurz. Und ein, zwei Minuten länger. So, nächste Folge müssen wir uns auch mal darum kümmern, wo wir wohnen wollen. Also, wie unser Häuschen aussehen soll. Und dann müssen wir uns auch mal in die Technik machen, ja? Na, Schäfchen, alles gut bei euch? Bis gleich. So. Äpfel haben wir, Reis haben wir. Aber wir haben halt keine Kohle. Das ist, das ist so übel. Wenn du keine Kohle hast, musst du Holz verbrennen. So, dieses Teil brauchen wir mit irgendeinem Multitool brauchen wir auch noch. Okay, das sind die Wahnsinn-Info. Multi... Hahaha. How much wood could... Wood... Wood... Chock... Chock... If... Wood... Chock... Chock... Could... Chock... Wood... Oh Gott. Am Kollegen. Ähm... Okay, Essen raus. Reis rein. Da kann man noch mehr. Okay. Ist ja auch Wurst. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall wieder für das Zuschauen. Wir spielen noch ein bisschen. Scharf schieben. Nein, falsche Richtung. Falsche Richtung. Richtige Richtung. Aber in diese Richtung bitte. Sie wollen nicht. Sie wollen zum Licht. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.